Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial in Lumina 3. Ich möchte dir heute mal zeigen, wie du mit zwei verschiedenen Werkzeugen diese Person aus deinem Bild bekommst. Viel Spaß mit dem Video. Ja, dann werde ich euch als erstes mal die beiden Filter vorstellen oder die beiden Werkzeuge vorstellen, mit denen wir jetzt arbeiten werden. Das ist zum einen der Radierenfilter, den werde ich jetzt gleich einsetzen, um die groben Bereiche aus dem Bild zu bekommen und den Klonen- und Stempelnfilter werde ich hinterher benutzen, um dann die Feinheiten durchzuführen. Als erstes werde ich mir allerdings das Bild jetzt vergrößern, dass ich auf einer vernünftigen Ebene arbeiten kann. So, und dann fangen wir an und werden den Radierenfilter nutzen. Jetzt brauchen wir einen kleinen Moment, weil er die Vorbereitung macht, er erstellt jetzt eine neue Bildebene und wenn er das dann alles fertig gemacht hat, dann können wir loslegen. Das ist jetzt der Fall und dann werden wir jetzt hergehen und werden diese Person aus dem Bild rausmalen bzw. rausradieren. So, alles was jetzt hier rot gekennzeichnet ist, verschwindet aus dem Programm bzw. aus dem Bild, nicht aus dem Programm. Dann klicken wir hier einmal auf Radieren und dann ist die Person schon mal kopflos. Hört sich schlimm an, aber wir wollen sie ja komplett aus dem Bild haben. Dann geht es weiter, wenn wir hierher gehen und werden auch den Teil aus dem Bild herausarbeiten. So, und dann haben wir noch diesen Bereich hier. Es ist alles ein bisschen Feinarbeit und ich werde euch das jetzt in groben Zügen einfach mal zeigen. Ihr müsst dann halt, wenn ihr dann ein eigenes Bild bearbeitet, müsst ihr dann natürlich ein bisschen feiner arbeiten. Aber hier für das Video, ich möchte euch hier nur zeigen, wie es geht, werde ich jetzt das Ganze auch etwas schneller und wahrscheinlich dementsprechend auch etwas unsauberer arbeiten, als wie wenn ich jetzt wirklich eine Bildbearbeitung durchführe, bei der es um etwas geht, bei der ich halt mein Bild wirklich richtig schön haben möchte. Deshalb nicht wundern, wenn man dann gleich im Bild das ein oder andere doch noch sieht oder dass man da die Vermutung hat, dass da etwas passiert sein könnte. So, jetzt haben wir das Grobe rausgearbeitet, werden jetzt hier einmal auf Fertig klicken. Warum einmal auf Fertig? Ich werde jetzt den nächsten Filter bzw. das nächste Werkzeug gleich anwenden und damit ich dann nicht später komplett von vorne anfangen muss, mache ich das immer so, dass ich dann einmal auf Fertig klicke und dann mit dem nächsten Werkzeug anfange, dann macht er mir wieder eine neue Bildebene und ich habe dann später nicht das Problem, dass ich alles komplett von vorne machen muss. Ich weiß, man kann hier oben über Bearbeiten auf Widerrufen heißt das, glaube ich, ja, Widerrufen klicken. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich das mache, dass ich dann trotzdem wieder von vorne anfange. Also kann ich auch gleich über eine neue Bildebene das Ganze etwas beschleunigen. So, jetzt haben wir hier diese Ecke. Jetzt werde ich mir das Fadenkreuz, was sich jetzt hier bewegt, das ist die Quelldatei. Das ist das, wo ich draufklicke, was er mir dann hier rüber setzt. So, jetzt klicke ich einmal hier drauf. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So, jetzt kann ich hierher gehen und kann sagen, ihr seht, wenn ich hier, ich mache das mal hier hoch, ihr seht, dass sich da so ein dunkler Streifen in meinem Kreis befindet, der sich hoch und runter mitbewegt. Das ist jetzt die duplizierte Ebene von hier. Jetzt gehe ich hier drauf, lege mir die hier drauf und jetzt klicke ich einmal an und jetzt werdet ihr mal sehen, was passiert. Das Fadenkreuz wandert mit. Das heißt, er übernimmt jetzt immer diesen Punkt, der da drüben auch angezeigt wird. Jetzt kann ich die Größe ändern, weil 100 ist zu groß, sonst habe ich das Problem, dass ich mir den Felsen hier gleich mit aus dem Bild rausradiere, beziehungsweise rausstemple. So, dann geht das Ganze jetzt hier weiter. So, dann sind wir hier angekommen und dann sieht man jetzt schon nicht mehr, dass hier noch irgendwas gewesen ist. So, jetzt mache ich wieder das Gleiche. Ich sage einmal fertig, warte, bis der fertig verarbeitet hat, nehme mir wieder das Klon- und Stempelwerkzeug. Einige werden jetzt sagen, oh, warum so umständlich? Wie ich schon gesagt eben, wenn ich das mit Widerrufen versuche, rückgängig zu machen, fange ich komischerweise trotzdem wieder von vorne an. Also kann ich mir das Ganze ersparen, indem ich das über einzelne Ebenen mache und habe dann nur eine Ebene, die ich löschen muss und kann dann weiter arbeiten. So, jetzt haben wir hier das Problem. Was machen wir hier? Hier würde ich sagen, was sieht denn hier so ein bisschen identisch aus? Und zwar dieser Schwung hier. Den nehmen wir jetzt mit und werden hier gucken, dass wir diesen Teil so wegkriegen. Das heißt, ich nehme die Quelldatei hier und setze sie mir hier hin. So, jetzt macht er das, macht er mir jetzt weg. So, jetzt habe ich hier natürlich so eine Kante. Jetzt muss ich noch einmal fertig klicken. Ihr sagt ja, ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Aber wenn man das am Ende alles schön sauber gemacht hat, lohnt sich das. Man kann da viele, viele Dinge aus dem Bild rausnehmen und hat hinterher nicht das Gefühl, man hat da gearbeitet. Wie gesagt, jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier diese Kante rausbekommen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment wieder mit der Vorbereitung. Jede Bildebene bedeutet auch, dass der Rechner ein bisschen mehr arbeiten muss. Jetzt nehmen wir das Ganze hier mal ein bisschen kleiner, naja, 50, sagen wir mal so um die 60 und werden jetzt gucken, dass wir hier hingehen. Und dann werde ich schauen, dass ich das hier, das ist ein Fehler, weil ich hier am Rand des Bildes angekommen bin. Okay, einmal fertig. Da müssen wir jetzt ein bisschen anders arbeiten. Da muss ich mir das an einer anderen Ecke herholen. Jetzt mache ich nochmal Klonen und Stempeln. So. Jetzt brauche ich einen kleinen Moment, bis er die Vorbereitung abgeschlossen hat. Und dann schauen wir mal, was wir für ein Element uns jetzt hier herholen. Nehmen wir einfach mal eins. Ich setze jetzt hier mal an und dann werden wir das hier einfach mal so drüber ziehen. Wenn wir das einfach mal so lassen. Jetzt erkennt man das nämlich nicht mehr. Und jetzt werde ich nochmal auf Fertig klicken. Ihr seht, auch jetzt ist es ein bisschen Kleinarbeit, aber wie schon gesagt, es lohnt sich. Ja, und auf diese Art und Weise kann man sein komplettes Bild jetzt verändern. Es ist ja eigentlich nichts anderes. Es ist eine Veränderung. Wir nehmen etwas aus dem Bild raus und werden jetzt den Rest hier noch rausnehmen, denn hier haben wir noch eine kleine Ecke. Das werde ich allerdings jetzt nicht so riesengroß machen. Dann nehme ich mir jetzt diesen Teil und dann setze ich den einfach hier so drauf und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir noch eine Nummer kleiner gehen und werden jetzt einfach mal hier noch diese Ränder rausnehmen, die wir jetzt hier überall noch haben. So, haben wir das auch weggemacht. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt zu lange dran rumdoktern, ihr seht das Prinzip, was ich vorhatte. Und wenn ihr jetzt in der Originalgröße guckt, so wirklich zu erkennen, dass da irgendwo ein Mensch im Bild gewesen ist, ist nicht. Dafür, dass das jetzt eine sehr unsaubere Bearbeitung gewesen ist, finde ich, sieht es doch wirklich gut aus. Und ich bin jetzt am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. Teil es mit deinen Freunden und Bekannten. Und wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du darüber eine Information. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und möchtest ebenfalls mit diesem Programm arbeiten, dann schau doch einfach mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du dieses Programm beziehen kannst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!